Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz Paris-Var in Villequier, der direkt an der Seine, aber auch direkt an der Hauptstraße liegt. Von besagter Hauptstraße biegt ihr in den Campingplatz ein, meldet euch an der nur französisch sprechenden Rezeption an und folgt den Kieswegen zu den Stellplätzen. Insgesamt erwarten euch hier knapp 70 Stellplätze, die alle einen Blick auf die Seine ermöglichen. Ein Großteil der Parzellen ist mit Wiesenuntergrund angelegt und durch kleine Hecken und Bäume voneinander abgegrenzt. Es gibt auch ca. 10 Parzellen mit Kiesuntergrund. Stromkästen befinden sich zwischen den Stellplätzen, ihr braucht den Schuko-Stecker. Des Weiteren stehen einige Mobilheime als Mietunterkünfte zur Verfügung. In den beiden kleinen Sanitärgebäuden sind sowohl die Toiletten und Duschen, sowie die Abwaschmöglichkeiten und die Entsorgung der Chemietoilette untergebracht. Bei der Einfahrt befindet sich die Müllentsorgung, einen Wohnmobilservicebereich konnten wir nicht vorfinden. Zentral auf dem Gelände gibt es einen Kinderspielplatz. Bei unserem Besuch wurde auch gerade ein überdachter Swimmingpool gebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017